Hallo liebe Mitglieder, dadurch dass alle Fitnessstudios jetzt geschlossen sind, haben wir uns von eurem VeloFit Team überlegt, dass wir euch ein paar kleine Homeworkouts zeigen. Und zwar sollen diese Homeworkouts vor allem für die gerichtet sein, die jetzt keine Handlung zu Hause haben und das mit ganz einfachem Equipment möglich, wie zum Beispiel mit gewöhnlichen Trinkflaschen. Ja, wir starten jetzt erstmal mit dem Rückenfit. Die erste Übung, die wir für euch ausgesucht haben, ist Rudern. Dazu benötigt ihr einfach zwei Trinkflaschen. Ihr könnt euch selber aussuchen, wie viel Gewicht ihr wollt natürlich, je nachdem wie voll die Flasche ist. Dann geht ihr in die Knie, in die Hocke. Ganz wichtig ist, dass eure Wirbelsäule gerade ist, nicht rund und kein Hohlkreuz. Die Wirbelsäule ist gerade. Danach, die Hände hängen einfach runter und ihr zieht langsam und kontrolliert die Flaschen hoch. Von vorne schaut es ganz dann so aus. Genau, das Ganze ist zu empfehlen, zum Beispiel drei Sätze mit zwölf Wiederholungen und dann kriegt ihr einen stabilen Rücken. Eswlrad Nered дис 만큼 münda Lessons in den Rücken, also ist ein, auch ein наж部 herausgerät. Also darf man nach dem Rücken ist hart nichts. Vielen Dank.